Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 10 Fakten über Shawn Mendes, die keiner kennt. Ja, ich wollte einfach nochmal ein neues 10 Fakten Video machen. Es soll heute ein bisschen kürzer sein als sonst, also nicht wundern. Also jetzt alles über Shawn Mendes, der kanadische Sänger und Superstar, der glaube ich die Herzen von vielen Mädchen im Sturm erobert hat. Und ich glaube, euch interessieren diese 10 Fakten. Fakt Nummer 1 Musikgeschmack Shawn Mendes macht nicht nur sehr gute Musik, sondern er hört auch gerne Musik. Am liebsten genießt er dabei Songs von John Mayer. Fakt Nummer 2 Er kocht gerne. Shawn Mendes mag es sehr gerne selbst zu kochen. Es gibt aber ein Lebensmittel, das er gar nicht mag, nämlich Tomaten. Habt ihr es gewusst? Fakt Nummer 3 Seine Wurzeln Shawn Mendes hat englische und portugiesische Wurzeln. Wusstest du das? Seine Körpergröße ist 1,88. Fakt Nummer 4 Eine eigenartige Eigenschaft Wenn Shawn Mendes nervös ist, knackt er mit seinen Händen. Diese Angewohnheit ist für viele bestimmt ganz schön gewöhnungsbedürftig. Wie findest du es? Fakt Nummer 5 Ein ganz besonderes Accessoire Shawn Mendes trägt einen Ring von seinem Großvater. Ist das nicht süß? Das zeigt seine familiäre Verbundenheit und wie wichtig ihm seine Verwandten und insbesondere seine Großeltern sind. Fakt Nummer 6 Zahnspange Im Alter von 13 Jahren bekam Shawn Mendes eine Zahnspange. Daher kommt es also, dass seine Zähne heute so schön weiß und gerade sind. Fakt Nummer 7 Der erste Plattenvertrag Shawn Mendes bekam seinen ersten Plattenvertrag schon im Alter von 15 Jahren. Absoluter Wahnsinn. Fakt Nummer 8 Sein Reiseziel Shawn Mendes hat das Ziel einmal nach Hawaii zu reisen. Wer kann das nicht verstehen und würde nicht einmal gerne auf Hawaii entspannen. Fakt Nummer 9 Seine besten Schulfächer Musik und Sport waren die Schulfächer, in denen Shawn am besten war. Bei seinem sportlichen Auftreten und seinem großen musikalischen Talent wundert das glaube ich niemanden. Fakt Nummer 10 Seine größte Angst Große Angst hat er vor allem vor tiefem Wasser. Außerdem rettete er seiner jüngeren Schwester einmal das Leben, als er dachte, sie würde ertrinken. So, das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Falls euch die Fakten gefallen haben, gebt einen Daumen nach oben und schreibt einen positiven Kommentar. Ansonsten schreibt es mal in die Kommentare, was ihr den krassesten Fakt fandet. Ich fand, das über seine Ängste zu erfahren, fand ich ganz cool. Also, weil man immer denkt, man ist ein bisschen alleine mit seinen Ängsten. Aber das ist cool, wenn dann irgendwelche großen Vorbilder dann auch irgendwelche Sachen haben, vor denen sie sich fürchten. Aber schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr den krassesten Fakt fandet. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.